ich hoffe doch das war trotzdem noch so lange durchhalten bis mein flash kommt sonst doof wandung mit speziellen spießtieren ok wie gemein wie sehr gemein hilfe oh gott das ist aber unfreundlich ja auf einmal sind die stärker und das hätte es glaube ich noch blocken können wir auch nicht ganz sicher und hat wesentlich weniger verteidigung offenbar denn sie nimmt wesentlich mehr schaden jetzt gerade als eben noch aquaman mit der super attacke und wir kommen bald auf profil stufe 44 und da ist der flash gerade in sichtweite gekommen sehr gut und mir fällt jetzt auf dass es sich auch schon die ganze zeit offenbar verschiebt also seit wir bei der mitte angekommen sind offenbar nehme ich an wahrscheinlich wir haben noch nicht getroffen das ist unschön da habe ich gerade eben tatsächlich meinen griff abgewehrt krieg ich auch selten hin und war sogar geplant das war jetzt kein geplanter griff das sollte wieder eine abwehr sein da kommt es hier einfach über meinen angriff weg das gibt doch nicht bisher ist relativ ausgeglichen ich bin nicht sicher ob was zum flash schaffen wir sind in führung wir sind immer noch in führung ah verdammt ok total schlechter follow-up aber hat gereicht noch mal 101 und noch mal 101 schaden doch nicht der letzte macht ja ein bisschen weniger schaden stimmt und jetzt dürfen wir wieder ungefähr gleich sein ne doch nicht gab ich ihren ihre regeneration etwas überschätzt ich frage mich bei welchen schwierigkeitsgrad waren zwischen sind ob man das einsehen kann ich meine ich habe schon eine weile den verdacht dass die linie tatsächlich den schwierigkeitsgrad dort anzeigt weil die ja so naja wie die omega strahlen nach oben und unten und oben und unten immer wieder geht naja eben wie ein graf oh das ist Snart so you're the famous Len Snart to you it's Mr. Snart to me you're another victim beginn hm vorhin klang es noch als würde er Len Snart schon kennen au au aua Hilfe das ist ein normaler Mensch der soll ich bitte nicht so schnell angreifen gut trifft eigentlich auch auf Catwoman zu ah verdammt das war nicht gut ich habe nicht so viel zeit gelassen um seine waffe aufzuladen und auf dem schwierigkeitsgrad macht er das auch Moment mal kurz wir drücken mal kurz auf pause bewaffnung hier kann man übrigens auch immer die sich angucken welche designs die gegner benutzen hm ne äh die Schwierigkeit grad den schwierigkeitsgrad sieht man hier nicht au 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 verdammt waa das ist aber unschön jetzt tue ich mir auch noch weh wenn ich dagegen haue au 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 Problemlos Neue ausrüstung neue flash flügel neuer flash top von den werken her beides nicht gut Vom aussehen her muss ich noch kontrollieren dann Okay, wenn das mit dem schwierigkeitsgrad hinhaut dann wird jetzt wirklich viel viel schlimmer also mit dem geschwindig mit dem Schwierigkeitsgrad Achte auf die unterstützung und zeitkinken modifikation auf diese weise kannst du hilfe von charakteren aus dem ganzen multiversum bekommen geht natürlich nur für verschiedene multiversums event wenn Es Schöne 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 Verdammt Verdammt Er haut mir ein bisschen zu oft zu und blockt ein bisschen zu oft Ich meine ich komme noch dagegen klar aber zu knapp Den können wir hier rauswerfen wenn alles gut läuft Auf Okay, sehr gut da ist seine spezialfähigkeit ausgelaufen Aua nicht gut ich will hier nicht sein hilfe Aber Okay, so kommt man immer sehr schön raus meine gegen menschliche gegner wird das absolut doofer move sein Aber die werden das sowieso auch nicht so oft machen Ein So Unachtsam Da reinbringen We got them professor Not while I'm still running Und Triff Ok, da ist Aua Und Tritt Au Dann nicht. Ich sollte nichts ansagen. Das bringt nichts. Na los, komm her. Duper Kerl. Und erledigt. Die Kugel mag ich. Der hat meine schöne Rüstung angerust. Okay, Black Adam ist ein relativ langsamer Charakter. Der nächste, um den ich mir Sorgen mache, ist Cyborg. Cyborg hatten wir schon als Gegner. Vorhin, irgendwann, in der ersten Folge, also im ersten Teil der Folge zählt ja als eine Folge, auch wenn es ein Mehrteil ist, der in mehreren Tagen kommt. Green Adam Au. In letzter Zeit kriegen die Gegner immer den ersten Schlag. Das gefällt mir nicht wirklich. Au. Okay, wir sind noch in Führung. Au. Nicht gegriffen bekommen. Und wir verlieren langsam die Führung. Okay. Wir bleiben erstmal in Führung. Bei Black Adam musste ich gerade auch aussortieren. Da ist es sehr cool, man hat als Ausrüstung Gegenstand auch die Kugeln, die er benutzt. Also da hat man dann tatsächlich verschiedene Designs, zum Teil verschiedene Farben. Aber, sobald ich auf den zweiten Lebensbalken gekommen bin, also jetzt, setze ich die Super-Attacke ein. Und das war doof. Oh. Aber er ist nicht in der Konkurse. Sehr gut. Ich ging davon aus, dass der erste Beschlag treffen würde und habe direkt den Follow-Up gemacht. Hat er noch geklappt. Mit dem vollen zweiten Balken. Sehr schön. Und, ja, Scarecrow kann sehr nervig werden. Im Prinzip, wenn ich Flash erreiche, bin ich glücklich. Erreiche die Spitze der Gen-Bestenliste, indem du Gen-Punkte verdienst. Gen-Punkte können durch das Abschließen von Events und Herausforderungen im Gen-Multiversum verdient werden. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Das dauert wieder. Mit dem Kopf-Teil sieht's Dirkow ein klein bisschen aus wie Firefly. Also nicht die Serie, sondern der DC-Charakter. Ich wüsste nicht, wie er aussehen soll wie die ganze Serie. Oh, wir sind hier im Ace of Clubs. Das ist mir bisher gar nicht aufgefallen. Au. Eigentlich ist dieser Angriff so leicht... Au. So leicht abzuwehren. Warum tue ich es nicht? Oh Gott, oh Gott. Ich hänge vollkommen zurück. Das ist nicht gut. Okay, wir werfen Fässer. Wir haben keine Wahl. Aua. Okay, wir gleichen langsam an. Ah, das blockt er. Au. Au. Sieht nicht gut aus bisher. Au. Gar nicht gut. Überhaupt nicht gut. Du bist ein Feind. Du bist ein Feind. Ah, verdammter Teleporter. Tja. Schade. Den Flash haben wir damit nicht erreicht. wie viel haben wir geschafft endlos komplett und wir haben nicht mal die 25 ja genau 25 das war knapp aber noch eine goldene bekommen superaktions sieger haben war 9 gemacht 13 superaktionen aber nur insgesamt das ist wenig na gut die ersten paar missionen waren so einfach dass ich keine angewendet habe und dann später waren sie so schwierig die anzuwenden wieder konfliktsiege 2 2 übergänge in 25 kämpfen umgebungsinteraktion 21 das ist nicht mal eine pro kampf das ist auch merkwürdig perfektes match hatten wir keins verbleibende gesundheit ja hatte ich am ende ja gar keine mehr aber natürlich zwischen den kämpfen ja endlos haben wir geschafft abrufen habe ich gerade internetprobleme überlebende überleben eine Reihe von kämpfen bei denen sich deine gesundheit und eine superanzeige bis zum ende nicht regenerieren ich überlege das in der nächsten folge dann zu machen damit ich die beiden eben also man kann aber 9 und 20 das werde ich auch nicht schaffen rangplisten platz 463 das ist doch nicht schlecht höchstpunktzahl und rangplisten platz haben wir hier natürlich noch nicht bestenliste können wir uns mal kurz angucken lese statistiken ich will mal gucken hier steht nicht wie viele da sind das wüsste ich ganz gerne Profil also damit werde ich auch mal ins team profil offenbar aufgeworfen ja weitergeleitet aber das klang war wir werden da schon irgendwann erster und selbst spielt mit das ist ja interessant gut dann würde ich sagen wenn wir jetzt hier mal die dreifach folge drei folgen mit ein bisschen unter 20 minuten das ist doch schon schön also ich hoffe es hat gefallen wir sehen uns in der nächsten folge bis dahin lebt wohl hinter das kommentare und adios bis dahin lebt